Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Morgen gegen kurz nach 7 Uhr morgens alarmiert über einen Notruf, dass sich eine Person unter einer Straßenbahn befinden soll, hier im Bereich der Wittner Straße. Der ausdrückende Rüstzug der Feuerwache 3 fand an der Einsatzstelle eine männliche Person vor, die im vorderen Bereich der Straßenbahn unter den Triebwagen geraten war. Der Rüstzug setzte zur Rettung der Person die hydraulischen Binden ein, die regulär auf den Rüstzug mitgefüllt worden sind. Der anwesende Rettungsdienst versorgte die Person, die nach relativ kurzer Zeit zügig unter der Bahn gerettet werden konnte und wird den Jungen in einen der umliegenden Krankenhäuser transportiert. Zurzeit können wir über die Verletzungen der männlichen Person noch keine Angaben machen. Das wird sich erst im weiteren Verlauf des Einsatzes dann darstellen.